Gut, wir sind immer noch an der Geschichte mit dem Schwarzen Ritter dran, die Befehle des Schwarzen Ritters. Erhaltet mit Hilfe des verzauberten Zaumzeugs Kontrolle über den Greifen des Schwarzen Ritters und reitet auf seinem Rücken zum Zielort. Beschafft euch die gestohlene Einladung zum Turnier und die Befehle des Schwarzen Ritters, sobald ihr dort angekommen seid, und bringt sie zurück zu Kreuzfahrerin Ridala beim Agentum Turnierplatz. Also, wir müssen jetzt rüber zum Schwarzen Ritter, der sitzt ja in seinem Zelt drin. Sein Reittier sitzt draußen. So, einmal hier rüber. Du siehst mich nicht. So, also, ich steuere jetzt nicht, das macht alles das Reitier von alleine. Greift des Schwarzen Ritters. Na, wo willst du hin? Hier hoch, okay. Und jetzt fliegen. Ja, warum bist du denn vorher nicht geflogen? Ich glaube, der fliegt jetzt hier rüber zur Todesanhöhe. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder auch nicht. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Okay. Kultverschwörer. Okay. Hier tun irgendwas. Hier ist die gestohlene Einladung und da die Befehle. Und was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Gar nichts. Also wieder zurück. Hier. Hier. Ach ja. Ach ja. Hier. so tag das war es echt jetzt es steht ja toll wir haben keine quest mehr hier was machen wir denn da hier drüben gibt es auch keine quest major pain dann würde ich sage mal fünf minuten ist etwas kurz für eine folge wir machen heute noch mal prüfung des champions heroisch natürlich siegt die groß champions ich habe keine ahnung ob wir das so machen können bitte stehen bitte steigt auf einen schlachthaus ja ist gut sowohl da ist das das müssen wir anziehen dafür wie darf ich machen wir das hier ich habe keine ahnung ob wir das alleine schaffen ach da ist gar was die sind nicht mehr up-to-date und könig war jahren ist auch noch am leben just so also wir haben hier zu stoßen schildbrecher ansturm verteidigen wir machen zuerst verteidigen und da dass wir drei schilde haben hier bekommen jetzt die unsere gegner das ist einmal ein taure mit seinem gefolge dann kommt hier noch ein ork mit seinem gefolge und ein troll also hier gibt es auch verschiedene wir müssen dann immer gegen erst drei von den vorne kämpfen dann gegen die nächsten drei die nächsten drei und dann kommen alle drei champions auf einmal so na wo seid ihr denn fangt an ah ja so also wir kriegen fast keinen schaden dadurch dass wir wahrscheinlich streben 120 sind es ist kein problem kann halt ein bisschen dauern oh wir haben kein schild mehr ja den schild sollte man immer erneuern ich bin außer reichweite sehr schön wir haben bei allen drei den schild weg machen können wenn unser pferd unser pferd mal sterben sollte können wir ganz schnell hier an die seite so wie man zuerst in einem platz so das problem hierbei ist die laufen jetzt immer wieder hier zurück zu ihren dingen die müssen wir also immer wieder umreiten wir machen das jetzt einfach so so wir haben sie alle geschafft so dann erscheint hier normalerweise eine truhe auch ne gegen die müssen wir jetzt noch kämpfen so haben wir besiegt da ist jetzt die truhe sehr schön so jetzt können wir ihnen wieder ansprechen ich bin bereit für die nächste herausforderung so hier ist es etwas schwieriger hier sind heiler und so dabei muss mich jetzt verarschen das war's schon und als nächstes müssen wir den schwarzen ritter besiegen dadurch dass wir ja seine geschichte so gesehen aufgedeckt haben da oben ist können wir ihnen jetzt auch schön platt machen du hast meinen auftritt versaut du Ratte habt ihr wirklich geglaubt ein Agent des Lichtkönigs könnte auf den Boden eures erbärmlichen kleinen Turniers geschlagen werden? ja so der kommt jetzt noch mal wieder und er kommt noch mal wieder und dass ein gruppenmitglied von cool explosion getroffen wird ok so das war's wir haben danke 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 könig warian das war noch mal prüfung des champions ich habe keine ahnung wann wir das damals gemacht haben das ist schon sehr lange her gut wir werden uns dann morgen ins daumen treffen an dem botschafter gebäude wir sollten vielleicht auch mal hier das ding wieder anziehen unsere normale waffe beim botschafter gebäude und werden dann die verbindenden völker freischalten wir sind ja überall hier müssen wir rost bolzen widerstand sind man nicht ehrfürchtig gut wir sehen uns am morgen wieder zum nächsten Mal